Christian Lindner kritisiert in einem aktuellen DPA-Interview ganz klar seine Ampelkollegen und zwar vor allem mit Blick auf die entsprechende Schuldenbremse, denn er sagt hier ganz klar, die Koalitionspartner werden nicht müde immer wieder das Grundgesetz und die Vereinbarung des Koalitionsvertrags in Frage zu stellen. Für das Außenbild der Koalition ist diese permanente Uneinigkeit schädlich. Weiter sagt er, mein Rat wäre einfach bis zur Bundestagswahl den Status quo zu akzeptieren. Damit spricht sich Christian Lindner erneut für die Einhaltung der Schuldenbremse aus, um ganz klar zu sagen, es wird keine Finanzierung von Projekten über natürlich die aktuellen Schuldenregelungen hinausgehen, was ja durchaus bei den Koalitionspartnern von SPD und Grüne für Kritik sorgt.